hallo und herzlich willkommen zur nächsten folge von let's play legend of zelda echoes of wisdom wie ist das eigentlich ich kann auch die gezauberten dinge kann ich auch oder sky in der letzten folge haben wir uns kein bock mehr kein bock mehr die rohe gewalt löst das schon oh da sind ganz schön viele fücher so jetzt haben wir so alle sehr schön da haben wir so alle die haben gar keinen schatz gehabt vielleicht auch daran dass die schatz gehabt haben er hat einfach keinen schatz die schlinge das trauen die sich das finde ich frech nee kein schatz ich werde nicht mehr ich kann nicht gebrauchen egal oh da ist eine höhle okay cool oh da ist ein palast uh voll schön da sind da sind die krüge okay ich will erst den krug i don't care erst mal den krug den gerudo krug schön werde ich hier als einbrecher markiert considering dass ich einer bin gucke ich hin wenn ich da da ich bin sowas von vollkommen falsch oh dang bleib sand ui der macht ganz schön bums hier gucke ich mich wska also Da ist ein Herzteil, das will ich haben. Shit. Ich komme da nochmal hoch rüber. Wie komme ich hier überhaupt wieder raus? Also Spinnen gehen nicht. Oh wait, ich glaube ich weiß, wie es gedacht ist. Kann ich das? Ne, kann ich gar nicht. Die Idee ist, glaube ich, auf jeden Fall, dass man den hier macht. Habe ich das schon mal geschafft? Cool, jetzt habe ich ein Herz mehr. Voll schön, sechs Leben. Aber wie komme ich jetzt wieder hoch? Wie komme ich da raus? Ähm. Ist das serious? Wie komme ich da wieder raus? Ich bin klar, ich kann zwar den hier machen. Das ist ja im Moment, wo das Petzer bricht und dann fallen die einfach alle runter. Na? Ähm. Ähm. Okay. Okay. Ich bin hier wieder raus. Ich bin hier wieder raus. Ich bin hier raus. Ich bin hier raus. Oh, dass ihr kommt? Shit. Okay. Ähm. Jetzt wird's interesting. Ich hab seriously nicht den Hauch einer Idee, wie ich hier wieder rauskomme. Okay. Jetzt wird's. Schießen lassen. Nope, damit bringe ich mich nur um. Okay. Also gut zu wissen. Ah, halt. Hä, wie komme ich wieder raus? Habe ich es echt geschafft, mich zu softlocken? Das wäre ja lustig. Mir hat auch nichts. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin hier komplett lost. Die einzige Möglichkeit wäre eine Spinne. Hätte ich die Viecher killen müssen? Hätte ich die Viecher killen müssen? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, ich muss Game Over gehen. Ich weiß es nicht. Ich kann mich warpen höchstens. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier rausgehört. Also wahrscheinlich war es dumm, die Kisten zu zerstören, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht mehr. Aha. Wie viele Monster müssen wir denn noch besiegen? Ich breche gleich zusammen vor Erschöpfung. Ich auch. Aber wenn wir immer weitermachen, muss doch der Riss in der Wüste irgendwann mal kleiner werden. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir müssen den Riss verschwinden lassen und der Gerudo-Kultstätte zurückerobern. Ein seltsamer Riss hat unsere Kultstätte verschluckt und sich dann überall in der Wüste ausgebreitet. Es wird einfach unfassbar, dass unseren Heiligtuhl so etwas zustoßen konnte. Wir müssen den Riss so schnell wie möglich schließen. In die Wüste in Richtung Westen durchquers, da reichst du unsere Heimatstadt. Dabei wirst du auch die Risse sehen, die uns plagen. Außerhalb der Wüste liegt wohl auch einiges im Argen, aber wir haben schon genug Ärger, als dass wir uns darum auch noch kümmern könnten. Die Monster, die aus den Rissen herausschwimmen, sind unerbittliche Gegner. Die ständigen Kämpfe gegen sie haben uns völlig ausgelaugt. Wo wir gerade von Rissen sprechen. Man hat mir erzählt, dass der Riss in den Sudelia-Wäldern geschlossen wurde. Doch für das der Riss hier in der Gerudo-Wüste als nächstes dran ist. Bestimmt. Holy fuck, die Vögel sind hier drin. Oh, da ist die Höhle. Okay, da will ich hin. Das ist nicht, wo ich es... I don't care. Ist mir egal. Einfach Trampolis decken. Oh, neue Gegner. Neuer Gegner. Du bist gut gegen den. Attack it. Oh shit. Oh shit, das Viech hat Leben. Da freue ich mich drauf, mir das zu merken. Cool. Level 2 von den Rolldingern. Gürtelpraller Level 2 gemerkt. Wir sind jetzt schon bei Level 2 Monster. Ach du liebes Bisschen. Oh. Äh, das gefällt mir nicht. Ich hab einen. Welchen 3er? Okay. Jetzt mach doch das Ding aktiv. Wirst du dumm oder so? Oh mein Gott. In Ordnung. Das ist fein. Das ist fein. Das ist fein. Oder ich schick Schlangen los. Schlangen könnte ich mal probieren gegen die. Oder den Wolf. Der Wolf ist glaube ich auch saugut dagegen. Scheiße. Oh nein. Du bist doch dumm. Du bist so dumm. Jetzt bau die endlich so, dass man sich nicht schämen muss vor dir. Ja, super. Super. Ich hab übrigens nicht dorthin bauen wollen. Aber Zelda hat den besten Spot, der sie umbringt, gesucht. Jetzt ist unsere schöne Fee weg. Klasse. Ja, hilft alles nix, ne? Die Taktik war gut. Die Fee ist weg. Komm, find ihn. Ah, die Fee. Das ist so schade, dass die Fee jetzt weg ist. Dann muss ich halt wieder eine finden. Ich erhalte Rostkaktus mal 10. Okay, also auch das ist eine Smoothie-Zutat. Ja, das ist halt jetzt sehr schade, dass ich dafür die Fee verloren hab, weil die den Felsen falsch gesetzt hat. Also, übermachen, ne, Leute? Muss ich halt ein bisschen aufpassen. Also, kann man gar nicht angreifen. Ja, gut. Ja, das ist jetzt ganz schlecht. Cool. 20 Rubiner. Weg, weg, weg. Greif ihn doch an! Ah, da kriegt man die her. Cool. Der Wolf. Ach, sie sind tot. Alle. All right. Ja, ha, 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 ha. Gut. Am Ende sind die einfach noch am hilfreichsten. Also das Ziel ist da rechts unten. Ne, die sind das... Achso. Ja, wenn ihr mich beschützen würdet, das wäre total klasse. Wie die vereindruckt sind. Boah, er hat ein Bett geschaffen. Boah, sie schläft, während da so ein gefährlicher Geld-Rubin-Diebstahl-Monster-Vogelfieh-Ding herumrennt. Oh wow. Ja, es ist auf jeden Fall möglich, in dem Game-Game-Over zu gehen. Das ist dadurch, dass du nicht selber kämpfst, sondern, ne, taktisch sinnvoll smart spielen musst. Ganz gefährlich. Gut. Hätte ich da eigentlich mit Autosave hingekonnt. Jetzt mal rein aus Interesse. Ja, hätte ich sogar. Ne, das mache ich jetzt nicht. So spät ich hätte es machen sollen. Ich muss mir echt angewöhnen. Oh shit. Cool. Gleich den nächsten. Einen Piranha haben wir uns gemerkt. Den Sand-Piranha. Cool. Oh, da oben ist ein Stempel, den will ich. Nächster Stempel. Jawohl. Okay, da scheint so ein Riss zu sein. Da haben wir nichts versteckt, oder? Das glaube ich nicht. Weil eigentlich wäre es cool, wenn sie da was versteckt hätten. Ganz oben. Äh. Äh. Was macht das hin? Nein? Echt nicht? Oh. Nee, sieht tatsächlich nicht so aus. Sieht tatsächlich nicht so aus, nee. Habe ich alles? Nee. Nee, habe ich alles. Ja gut, dann gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Ich freue mich auf die Speedruns, wenn die Leute merken, dass das so Rennen schneller ist. Und die einfach alle, alle Speedrunner immer so rennen. Oh Gott, das sind mir nach dem Gegner aus. Ein Frostkaktus. Okay, cool. Das ist nicht, was ich bauen wollte. Oh shit. Nein, jetzt hör doch auf mit deinem Scheiß rum. Ich kriege so viele Rubine durch die Viecher. Okay. Oh, ich glaube, der ist dagegen. Er ist nicht gefeit. Äh, das ist der falsche Junge. Greif doch den richtigen an. Okay, cool. Merken wir uns den? Haben wir uns eine Sandmumie auch schon gemerkt? Cool. Ein Remord. Schön. Der braucht safe mindestens vier. Der braucht safe, braucht der vier. 3 sogar nur. Cool. Oh, ich glaube, die sind gegeneinander immun, oder? Ah, ist das doof. So, aktivieren wir den mal. Dann können wir uns schon mal porten. Mitten in die Wüste rein. Das dürfte der Dungeon sein dann wahrscheinlich, ne? Meine Güte. Hör ihn an! Nein. Oh nö, nicht solcher, ey. Der Wolf ist geil. Ich liebe den Wolf. Ach so, und der ist jetzt immun, oder was? Sie merken ja, einige Zeit lernen, wie das war. Ja, du bist tot! Du bist tot! Ja, du bist tot! Ich muss ihn abhauen. Das was, wenn ich das aktiviere, bin ich den dann los? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, das ist einfach noch eins. Wegen einer Aase offensichtlich. Ich schätze mal, ich habe die Piranhas noch nicht benutzt, ne? Ich weiß by the way nicht, was mit diesem Piranha los ist. Oh, shit! Nein, kein Bock. Kein Bock. Geh, erzähl. Diese Kapuze! Und, oh, verzeihung, ich habe dich wohl mit jemandem verwechselt. Einmal wurde ich beinahe von einem Riss verschlungen, der erschien plötzlich ein Schwertkämpfer und rettete mich. Er trug dieselbe Kapuze wie du. Wie tapfer er dastand und die unzähligen Monster mit Leichtigkeit besiegte die aus dem Riss strömten. Ich bin Soldatin geworden, weil ich auch so stark sein wollte. Der Typ ist literally seit einem halben Jahr unterwegs, oder so. Okay. Heute ist eine Soldatenausbildung, scheint nicht so lange zu dauern. Wenn du dich in der Wüste verläufst, solltest du einen Blick auf die Karte werfen. Mitten in einem Sandsturm bringt einem allerdings selbst eine Karte nichts. Ich hoffe nicht, dass das Foreshadowing war. Oh, eine Hyalianerin in der Karutowüste. Welch seltener Anblick in dem Zelt. Dort ist eine Garuda-Forscherin mit ziemlich seltsamen Dingen beschäftigt. Vielleicht wäre es eine schöne Ablenkung von diesen schrecklichen Rissen, dort als Aushilfe zu arbeiten. Elender Landmola, wo steckst du bloß? Landmolas sind Monster, die in der Wüste leben. Bist du unterwegs in der Gerusewüste schon mal in einen Sandsturm geraten? Landmolas können solche Sandstürme erzeugen. Besiegt man den dafür verantwortlichen Landmola, ist auch der Sandsturm weg. Augenzeugen zufolge treiben im Moment mehrere Landmolas ihr Unwesen auf. Aber wo in dieser weitläufigen Wüste stecken sie bloß? Eigentlich will ich das nicht unbedingt wissen, ehrlich gesagt. Wo findet man die Dinger? Wenn ich einmal facet die rechte Hand der Königin sie kennt, muss es sie ja nur an einem sehr obskuren Ort geben. Oh, Verzeihung, ich heiße Turmali und bin hier in der Oase als Wache stationiert. Darüber hinaus habe ich aber noch eine andere wichtige Aufgabe bekommen. Du bist Reisende, oder? Vielleicht kannst du mir ja dann helfen. Hast du schon mal fliegende Bodenfliesen gesehen? Laut den Nachforschungen meiner Vorgesetzten haben unsere Vorfahren so etwas als Fallen eingesetzt. Allerdings habe ich jetzt schon überall gesucht und konnte weit und breit keine Spur solcher Fliesen finden. Falls du aber mal auf eine solche stoßen solltest, würdest du sie zu mir bringen. Oh, was ist das? Ist das etwa eine dieser fliegenden Bodenfliesen, von denen Facett geredet hat? Mach das nochmal. Nicht am besten noch... Mach das ganz oft. Bitte. Bitte. Okay. Puh, das sollte reichen. Ich habe sie genauso studiert, wie ich jetzt... Dass ich jetzt meiner Vorgesetzten Bericht darüber erstanden kann. Vielen Dank, das war mir wirklich eine große Hilfe. Darf ich dir das hier als Belohnung geben? Nein. Okay, gib her. Okay, ja gut. Nimmt man. Cash. Meine Vorgesetzte ist ein hohes Tier, bei dem Garudo sie hat kaum die Gelegenheiten, die Stadt zu verlassen. Und trotzdem erforscht sie die alten Ruinen in der Wüste, um Dinge zu finden, die hilfreich für uns wären. Ich bewundere sie sehr und deshalb möchte ich sie so gut ich kann unterstützen. Cool. Das ist nicht geklaut? Okay, krass. Ich dachte, da würde mich jetzt zusammenscheißen, dass das eigentlich ihm gehört oder so. Rüst-Mango-Lager. Okay. Gucken wir mal. Für einmal diente dieses Zelt als Rückzugsort für Kriegerinnen und Tänzer, denn jetzt nutzt Turma es für ihre Mango-Forschung. Die in der Wüste auftauchenden Risse scheinen Turma nicht groß zu stören. Königin Sera wird sich darum kümmern, meint sie. Sie denkt in größeren Maßstäben und will heute schon die Probleme von Warg lösen. Uh, ein edles Bett kann ich mir hier merken. Uh, ein Luxusbett. Das tut mir wahrscheinlich doppelt so schnell heilen oder so, hm? Ich bin nicht tot, scheiße. Hallöchen, willkommen im Rüst-Mango-Labor. Hier forschen wir unermüdlich nach effizienteren Pflanzenzuchtmethoden, um auf mögliche Nahrungsmittelkrisen vorbereitet zu sein. Konkret befassen wir uns dabei mit sogenannten Rüst-Mangos. Und nach zahlreichen Experimenten ist es mir endlich gelungen, Rüst-Mango-Samen zu züchten, die in äußerst rasantem Tempo wachsen. Die Ergebnisse dieser Forschung könnten in nicht allzu ferner Zukunft unzählige Leben retten. Wäre bloß noch ein klitzekleines Problemchen. Diese neuartige Sorte verdorrt nämlich ebenso schnell wieder, wie sie wächst. Was dazu führt, dass ich gar nicht schnell genug ernten kann. Was wiederum hat zur Folge, dass ich keine weiteren Daten sammeln kann und ohne neue Daten gibt's bald keine Forschungsgelder mehr. Nein! Deswegen hab ich die Mango-Express-Ernte entworfen, in der Hoffnung, dass mir dadurch jemand bei der Ernte unter die Arme greift. Eine leichte Erschütterung reicht schon, um die Mangos zu lösen. Zum Beispiel durch eine Pirouette oder so. Muss leider eine Teilnahmegebühr erheben, aber ich hab auch eine kleine Belohnung eingeplant, falls jemand besonders viel erntet. Äh, die Minispiele machen wir später. Hast du die Belohnung, oder was? Ja, ähm, bevor ich Forscherin geworden bin, war ich eine ziemlich angesehene Tänzerin, musst du wissen, aus dieser Zeit schon auch meine goldene Fächer. Den hab ich bei einem Tanzwettbewerb gewonnen. Nun, ich könnte mich vielleicht davon trennen. Äh, davon trennen auch nur, wenn du dich bei der Mango-Express-Ernte richtig ins Zeug legst. Na gut, versuchen wir's einmal. Zehn Rubine. Na gut. Begib dich nach unten aufs Feld. Und die Mangos, pass nur auf, dass sie nicht verwittern. Mindestens 40. Und falls du über alle erwischst, fällt die Belohnung besonders groß aus. Dann mal los. Okay, ich brauch hier definitiv ein Bett oder so. Gott. Gott. Okay, damit hatte ich nicht gerechnet. Ich dachte, ich muss da auch mal hoch oder so. Deswegen habe ich das Bett hingestellt. Danke, Leistung. Du hast alle geerntet. Danke für die Hilfe. Dafür, dass du jetzt einige Rüstmangos mitnehmen. Mhm. Mal fünf. Der Effekt ist aber schwach. Okay. So ein Ernteertrag wie du hat bisher noch niemand erzielt. Bei solchen Geschick kommt sie vielleicht auch mit den gefährlicheren Samen zurecht. Übrigens wird sie sich auf Spezialsamen, bei denen eine noch größere Ernte herausspringt. Aber ich habe sie noch nicht eingesetzt, aber wenn du willst, mache ich mal eine Ausnahme. Okay. Wir versuchen es einmal und dann ist der Part vorbei, aber... Zehn Drobine. Ist das in Ordnung? Na gut. Wir versuchen es. Ich vermute, dass ich es jetzt brauche. Aus diesen Samenspießen nehmen den Mangos auch gefährliche Dornen hervor. Aber das packst du schon. 50. Ich würde gerne wissen, ob es da irgendeinen Spezialweg gibt. Weißt du so? Oh mein Gott. Der hilft wirklich. Das sind so drei Dornen. Okay. Das sind wieder Dornen. Ich wusste es. Nice. Fuck. Fuck. Oh nein. Ah, das ist bitter. Das ist bitter, weil ich mich verdrückt habe. Aber okay. Dieses Viech hilft mir mega. Das setze ich auf jeden Fall ein. Ja, ja. Okay. Ich will das. Ich will das jetzt sofort. Ja, ja. Ich finde okay. Ah, das ist auf jeden Fall schaffbar. Ja. Okay. Bestimmt wieder gleich, oder? Das ist auf jeden Fall. Nein! Oh mein Gott, wie soll das denn gehen? Hab ich irgendwas, was... Weife Leistung! Schenke ich dir diesen goldenen Fächer? Ja, ich hab ihn vor langer Zeit gewonnen. Okay, cool, jetzt haben wir das Ding also. Okay, ja, ja, die Rüstung muss ich auch mitnehmen, okay. Es gibt ultimative Samen, oh mein Gott, was? Ich probiere es jetzt einmal mit meinem Abräumding. Na gut, wir probieren es einmal mit dem... Ja, ja. Kann kein Zufall sein, dass das so gut geht. Oh shit. Das... Nein, geht nicht. Scheiße. Okay, wenn die Bomben nichts bringen, dann wird es schwierig. Kann der mir helfen? Ja, den juckt das gar nicht. Nein! Oh Mann! Verpiss dich, verpiss dich. Hau ab. Komm, Kusch. Der ist es nicht. Okay, scheiß drauf. Da hätte ich dann... Ich glaub, wenn ich... Ja, ja. Ich will das schaffen. Also die ultimativen Samen darf ich noch nicht. Das ist dann das Herzteil wahrscheinlich. Vielleicht ist es die Anzahl. Greifen die das an? Ja, die greifen es an. Cool. Cool. Das bedeutet für mich... Nee, was war das? Ja. Warum greifst du die nicht an? Ja. Ist das so eine Art Witz oder so? Oh ja. Da ist ein Ding vor meiner Nase. Ich drehe mich um und gehe wo an. Hä? Hä? Ich check das nicht. Ja, greifen die das jetzt an oder nicht? Ja. Ah. Ah. Also am Ende brauche ich auf jeden Fall dieses Rollding. Ah. Nicht mal in einem anderen. Wait, ich hab das Falsche gewählt, oder? Hier kommen keine Dornen. Oh nein. Ja, ist natürlich nicht so smart. Ah, ja, hm, okay. Bitte gib mir die richtigen. Bitte Spezialsamen. Ja. Ja, ich versuch's ein, zwei, Mann. Auch ich hätt das Minispiel gerne fertig. Das ist nicht, was ich ausrüsten wollte. Nein, ich hab aus Versehen umsortiert. Das ist scheiße. Jetzt kann ich das Ding nicht mehr mitmachen. Mitmachen. Nein! Das Ding zerstört mein Bett. Oh mein Gott, ich hab's alle. Jawohl! Jawohl, zerstört, Digga, zerstört. So, das ist genug für heute. Ich weiß, die hat noch ein schwereres Level, aber das ist okay. Erstmal das geschafft, ist auf jeden Fall schon mal eine gute Taktik. Reife, Leistung, unglaublich, dass du auch bei diesen Sammeln fertiggebracht hast. Alle Mangos zu ernten. Wieder und wieder horst du mich um. Dank dir konnte ich weitere wertvolle Daten sammeln. Dafür möchte ich das hier an dich schenken. Wertlos. Das Herzteil ist dann schwerer. Oh Gott. Okay. Einige der Rüstmangos, die du geerntet hast, darfst du auch gerne noch mitnehmen. Ja, ja, klar. Kannst du mal? Acht Stück. Ja, du bist hier, stets willkommen. Achso. Ich darf gar nicht. Sie hat auch irgendwas von ultimativen Dingern gelabert, oder? Ja, okay, das ist dieselbe Schreibung nochmal. Ah, nein. Mhm. Okay, ja, 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 ja. Und das hier ist wahrscheinlich dann jetzt das Ding, ne? Okay, ich muss erst mit dir reden. Okay. So, wie ist es jetzt mit der Ausrüstung aus? Ja, das Monster. Ja. Was ist denn aus dem Fächer geworden? Wo ist denn der? Ach, brauche ich den woanders, oder was? Ich meine, den woanders zu brauchen, habe ich so das Gefühl. Okay. Ähm. Ich habe jetzt genug auf diesem ekligen Billigbett geschlafen. Ah, ja, okay. Also da heilt man dann wahrscheinlich ein ganzes Herz jeweils. Ja, gut, das ist gut so. Ich glaube, hier ist jetzt ein guter Moment, um jetzt auch die Aufnahme selber erstmal abzubrechen. Also nicht abzubrechen, aber aufzu... Also zu pausieren, mehr oder weniger. Ähm. Okay, ne. Ne, das ist okay. Gut, äh, ja. Ich würde auf jeden Fall mal sagen, falls es die Folge gefallen hat, würde mich immer liken, kommentar freuen. Ich höre jetzt erstmal mit der Aufnahme auf. Das war jetzt mal genug gewesen. Ich glaube, zehn Folgen oder so. Oder neun. Keine Ahnung. Äh. Ja, elf sogar. Ui. Ja gut, äh. Das Spiel macht unfassbar viel Spaß, muss ich sagen. Das ist sehr, sehr schön. Und joa, damit, äh, wird es Zeit jetzt dann, äh, erstmal zu schneiden und so und hochzuladen und alles und dann kann ich irgendwann morgen fertig aufnehmen, weil irgendwann merkt man das so, wenn man den ganzen Tag let's playt und, und, und redet und redet und redet. Ich habe das jetzt alles am Stück gemacht. Dann irgendwann wird man weniger gesprächig und deswegen, der Punkt ist jetzt erreicht und deswegen machen wir jetzt Pause. Also der ist eigentlich schon länger erreicht. Ich glaube, ihr habt es schon gemerkt, dass ich gar nicht so gesprächig war, die ganzen Folgen. Deswegen hören wir jetzt auf und dann passt das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Bis bald. Bye, bye. Tschö, tschö mit Ö. Tschüss.